um das um und das ist so ähnlich wie das richtige war bloß auf so einem server da ist merengames.de und hier der Paul Ich seh dich! Hallo Lunos! Hallo Lunos, ich seh dich! Ja und der Paul hat euren Kanal geheicht ähm MeinPlay-Unterschrift großgeschrieben Won Ja alles großgeschrieben Also Won Du rennst hinter mir her du Ich bin nämlich hier der Paul Gamer und er ist nur ein Lunos und Lunos haben keine Rechte Ende Ich hab keine Rechte Das war so lustig Wir haben letztens noch eine Rush gespielt mein Freund und ich und das war so geil ähm da hat ein alter geschrieben wir haben ihm geschrieben er so kann ich Bogen haben und wir so nein du hast keine Rechte auf einen Bogen und er so ok und hat sich ein Schwert gemacht so ein Lappen einfach nur du bist grad an mir vorbeigerannt du Lappen Ich weiß zu dem nächsten warum bin ich gerannt Ok ich such schon mal Schweine also Ich suche musst du da nicht ich müsste ich nur im Spiegel anschauen he 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 Ok farnst du Holz Ja Dann kümmere ich mich um laufendes Essen Was ich selber irgendwie grad nicht finde Ok ich hab 6 Siehst du meinen Namen noch Siehst du meinen Namen noch Ähm Ne Na dann ist Scheiße Äh dann lauf mal Richtung Glaskuppel und lauf in der Glaskuppel äh wer von dir aus in weiß ich nicht Richtung lang Hier ist nicht Ne bleibt einfach wo du bist ich find hier nämlich kein Essen Ok wir haben kein Essen Also da wo du Holz abgebaut hast bin ich einfach gerade bei Ja ich seh dich Ja Lunos ich seh dich nicht Warte bleib stehen Ah nein ich lauf zurück Warte Ich hab ne Hülle gefunden Ach das ist wer anders Fuck Weg hier Scheiße Fick dich wir sind hier Kommst du in unsere Kommst du in meine Hülle jetzt Das ist jetzt meine Hülle Wo bist du denn Ich seh In dieser Hülle In welcher Hülle Da Hallo Lunos Siehst du mich Nein ich seh dich nicht Hä kannst du mal kurz Dahin zurückkommen Bodo Da ist Ja aber jetzt ist die schöne Hülle weg man Da war Da war jetzt schon am Anfang Kohle Ja kannst du nochmal kurz dahin kommen Bodo Hier steht Hier steht ein Crafting Table Den nehm ich mal mit Kannst du kurz dahin kommen Wo du am Anfang Kohle abgebaut hast Äh Holz Ja Kann ich machen Ja da bin ich nämlich Lunos Wir haben uns verloren Lunos ich seh dich Nicht Hey warte mal bleib stehen bleib stehen ich seh dich Schau den Hügel runter Lunos ich seh dich Hallo Hallo Wir bauen uns jetzt da hinten runter Lunos Okay Okay das machen wir Leute wir bauen uns jetzt runter Da 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 Hier ist ne bottle Spreng einfach runter Du kriegst keinen Fallschaden Ah Ich hasse mein Leben Ah Aua Ich hab schon ein Crafting Table gell Den hast du geklaut Ich weiß So ich mach schnell ne Holzspitzock okay Ich mach auch eine Nein, ich mach keine. Ich mach Stickies. Ich mach aus meinem Holz komplett Stickies. Warte. Warum? Hier, ich geb dir Stickies. Ich hab schon. Scheiße. Ich brauch schnell... Ich hab einen Sechs-Stein ab. Kannst du mir schnell das Stein schon mal geben? Loonos. Loonos, gib einen Stein. Hier, Dreh-Stein. Eins, zwei, drei. Das waren vier. Nein, ich hab sie nicht. Doch, da sind sie. Du, 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 du. So. Dann bauen wir uns einfach hier rein, Oide. Ja, nimm mal den Crafting-Table mit. Ich hab nämlich schon Eisen... Ich hab schon Kohle entdeckt. Du bist an der Kohle vorbeigelaufen, du Lapp-Lapp-Lapp-Lapp-Lapp-Lapp-Lapp. Okay, wir sind höher 44. Wir müssen sehr weit runter. Nein, letztes Mal waren wir höher 56. Okay, ich hab... Ich hab hier Kohle. Wir bauen uns hier hinten runter. Da, wo du schon angefangen hast. Okay. Oh, Junge, das rauscht bei mir. Ja, mein Herz. Hast du ein Crafting-Table mitgenommen? Ja. Und ich hab drei Saplings, falls welche brauchst. Nein, danke. Ich mach jetzt aus meinem Kast. Wie viel Holz hast du? Ich hab noch 19. Bruder verarbeitetes, verarbeitetes. Scheiße. Egal. Lass mich vor. Okay. Ich bin der Ba... Ich bin Bock, der Baumeister. Warte, dann mach ich mir schnell ein Steinschwert einfach so zur Abwehr. Ja. Wir haben jetzt kein Essen, gell? Also. Wir müssen Pilze finden unten. Mist, ich hab keinen Stein mehr für'n Steinschwert. So. Einfach hier schnell reden. Warte mal, auf welcher Höhe sind wir denn gerade? Also, ich bin auf Höhe 41. Ich komm mal schnell zu dir runtergelebt. Ich bin schon auf Höhe 31. Ich bin auf Höhe 30. Du darfst nicht so hinter mir stehen, weil sonst kann ich keine Blöcke abbauen. Ich hab ne Höhle. Einfach runterspringen, das ist ne Höhle. Oh nein. Junge, ist das ein Riesen-Lava-See. What the fuck? Ah. Hey, geh weg. Ich brauch das Eis. Ja, ich brauch das Eis. Ich. Okay, dann geh ich woanders hin. Hilfe. Oh, hier ist Ritztone. Ähm, warte, ich mach mal schon mal. Ich fang schon mal an, den Lavasee zuzumachen. Nein, 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 ich will nicht sterben. Ähm, brauchst du die, brauchst du das, brauchst du die Kohle ab? Also, ähm, das Eisen. Eisen? Welches Eisen? Das sind auch das da, das Eisen, das da war. Achso, hä? Okay. Das hab ich jetzt abgebaut. Ich hab, ich mach hier schnell, ähm, zu. Also ich mach größtenteils zu, dass wir da nicht reinfallen, dass wir da rüberlatschen können. Okay, wir haben schon mal genug für zwei Eisenschwerter und eine Eisenschaufel. Ja, was wollen wir mit einer Eisenschaufel, du Lappen? Ja, ich sag's ja nö. So, damit uns die, das... Ich baue schon mal schnell in den Ofen. Ah, ich hab hier einen Köppelstern. Einen Köppelstern? Kannst du das Wasser mal zumachen? Ja, warte. Ich hab auch noch Eisen gefunden. Hä? Hier ist, ach so, Glas. Ich hab die Rante am App. Ich weiß schon, die sind so nah am Rand. Hä? Warte, wie geht denn das verdämmte Wäsche, Lüsch? Junge, ich hab so eine Riesenhöhle gefunden, einfach nur. Alter, ich kann das Wasser nicht zubauen. Das geht so weit hoch. Nein, ich hab meinen ganzen Stein verbaut. Hey, das ist ein Skelett. Töte es. Ich hab so viele... Junge, hier ist so eine Riesenhöhle, Mann. Das ist so krass, einfach nur. Junge, ist das Riesige. Fahr einfach alles ab, was du findest. Fahr einfach alles ab, was du findest, außer Redstone und Gold. Hä? Gold? Goldöpfel? Na, wir haben eh keine Äpfel. Eben. Alter, ich werd die ganze Zeit eingerufen. Haha. Ich wär fast in Laube gefallen. Ja, das ist scheiße, man kann nicht Lava sterben, ich hasse es. Warte, dann tue ich mal schnell unser Eisen brennen. Hast du schon Eisen? Ja, fünf Stück. Ich geh mal auf die andere Seite, da lädt sich grad bei mir noch, aber ich seh da ganz viel Eisen. Oh, ich hab zwei Pfeile. Äh, ich muss hier durchkommen, ich muss hier durchkommen. Ich hab keinen Bock, dass ich jetzt hier sterbe wegen dem Wasser. Ich hab's Wasser zugebaut. Das ist eine. Bei mir leckt's grad irgendwie ein bisschen, ne, jetzt nicht mehr. Ich brauch Stein. Ah, Eisen. Wie viel? Eins. Zwei. Junge, das ist so riesig hier, das ist so krass. Alter! What the fuck? Na, na. Paul, nicht what sagen. The fuck darfst du sagen, aber nicht what. So, ich komm mal zu dir zurück. Ja, ich baue hier grad ein bisschen Köhle-App. Ja, ich hab hier so Angst, man. Dieser Lava-See ist einfach so gigantisch. Und wir sind auf Höhe 11, man. Wir farmen jetzt hier. Ja, wir brauchen, ähm, Eisen. Okay, ich hab fünf Eisen. Willst du eine Eisenspitze, okay? Nee, soll ich schnell? Ich mach schnell zwei Eisenschwerte, okay? Ja. Mann, ich mach's. Ich mach's Tripp, meine ich noch Diamanten. Wir sind nämlich genau für 11. Echt? Ja, ich mach ihn nicht. Ja, ich auch. Aber ich weh mein Stiefer. So, jetzt bin ich auf Höhe 11. Weil, wie wir alle wissen, ist Höhe 11 die Diamantenhöhe. Ab Höhe 11. Also 15 bis 11 eigentlich. Ja, aber 15 ist die Chance nicht so groß, dass man da Diamanten findet. Meine Spitzhacke ist gleich kaputt. Geh, baue alles bis jetzt sonst noch mit Steinspitzhacke, was du mit Steinen abbauen kannst. Ja, ich hab gar keine andere Spitzhacke. Ach so. Oh, ich hab wieder einen Lavasee gefunden. Und meine ganze Stelle, ich hab gebaut, hab's gerade in die Lava gefallen. Das ist genau der gleiche See, den wir schon... Soll ich ne Eisenspitzhacke machen? Ich hab grad doch genug dafür. Ich hab noch sechs, gell? Also. Also soll ich machen? Warte, ich muss in die Hof, wo's... Warte, ich will das Wasser zubauen. Äh, ich hab ne Eisenspitzhacke gemacht. Ich tue mein Rest, ich tue das Rest. So, ich mach mal F3 wieder aus. Ich schwimm hoch und mach das Lava Wasser zu. Soll ich meine Zuschauer mal ärgern? Weiß ich doch nicht. Okay, mach ich einfach. Oh, das ist so laut bei mir, man. Das liegt ja drin, dass ich noch kein Pöpschen zeig. Und ich zu viel bin, mir einzugehören. Ich will das Wasser zumachen. Willst du ein Eisenschwert? Ah, wär ganz geil. Ja, krieg's selber nicht, weil ich grad nicht sterb. Lunos, gib mir ein Eisenschwert. Ja. Ich hab's geschafft. Das Wasser ist weg. Ja, Nico. Wie geil. Ich hab's geschafft, Lunos. Zur Belohnung kriegst du ein Eisenschwert. Juhu, ich krieg ein Eisenschwert. Ja. Hä, du kriegst kein Eisenschwert, du kriegst ein Schweißenerd. Kannst du kurz dein Eisen da auch so hast du schon. Was soll ich... Oh, Scheiße. Was? Fuck, Mann. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neins... Ich hab zwölf, ähm, Ständschwitzhacken. Was? Ja. Warum? Weil ich aus Versehen die Stacktaste gedrückt hab, als ich mal eins machen wollte. Das ist wieder typisch, Paul. Was soll ich mit den sechs Eisen machen? Sparen? Äh, aufheben, also brennen. Ja, ich mein mit den sechs Eisen barren. So, äh, aufheben natürlich. Okay. Oder kannst du dir schon Rüstung davon machen, irgendwelche? Nein. Ja, okay, ein Helm, aber der brut nicht viel. Ich hab Eisen gefunden, außerhalb der Map-Grenze, Mann. Sieben oder acht Eisen. Ah, Junge, schrei nicht so! Okay. Fuck, ich hab schon wieder einen Lavasee gefunden. Aber nicht diesmal einer, die... Warte, ich weiß... Junge, geh weg von mir, geh weg von mir. Ich hab da fast reingerannt. Weißt du, was du mit den sechs Eisen machen kannst? Mach mal Lava-Eimer. Warum? Erstmal Rüstung. Ja, aber mit den Lava-Eimern. Junge, das... Lava ist böse. Als wüssten wir das nicht. Die Zeit ist gekommen, wir müssen die Lava aushauen. Hier ist also... Ich... Ich... Ich fahm's ab. Ich fahm's ab. Ich mach's mit der Eisenspieze. Ich hab Gold gefunden. Ich hab keine Fackeln mehr. Hast du nur Fackeln? Äh, acht Stück. Kannst du mir zwei geben? Ich kann ja auch vier geben. Kannst du, hast du Kohle? Äh, 15 Stück. Kannst du mir viel Kohle geben? Ja, nimm. Hey, da ist ein Enderman. Soll ich ihn töten? Nein. Warum nicht? Ist doch eh Schutzzeit. Hier sind zwei Enderman. Ja, dann lass die in Ruhe, Mann. Okay, hier ist Eisen. Das baue ich schnell ab. Ähm, gehst du zurück zu den Öfen? Ja, warte. Ich hol mir noch kurz Eisen. Trotzdem gehst du dann zurück zu den Öfen, weil... Das war letztes Mal so, da hatten wir 37 Eisen in den Öfen. Wo hat uns alles gelingt. Okay, gehst du zurück. Ja, das wär ganz geil. Oh, Junge, das ist Rausch. Ah, hier ist ein Enderman. Rauscht's von mir oder von dir? Junge, die Schutzzeit ist gleichzeitlich, ich probiere sie zu töten. Einer ist tot, einer ist tot. Oh, Kacke, hier kommt Wasser rein. Hier ist richtig viel Eisen. Beide Enderman sind tot. Die Schutzzeit ist gleich vorbei, gell? Ja. Junge, ich bin über Eisen gelaufen. Ich Pfosten. Also, wie viel Eisen haben wir jetzt? Ich hab zwölf Ruhe im Inventar und renn grad zurück. Sehr gut. Ich hab auch ganz viel Ruhe. Hoffe ich zumindest. Arg. Okay, was soll ich jetzt schnell mit den sechs machen? Ja, Brennen natürlich. Nein, ich mein mit den sechs Barren. Äh, ja, dann mach, ähm, Rüstung. Fang an, Rüstung zu machen. Okay, warte. Scheiße, Mann, ich bin nicht mehr zurück. Ah, hier ist Eisen. Ich mach erstmal jeden Brustpanz, okay? Hier ist ein Zombie und in 15 Sekunden ist die Schutzzeit vorbei. Ja, okay, sie ist tot. Ähm, ich find dich nicht mehr. Ich hab mich verlaufen. Ja, warte, ich komm dich gleich hören. Ich hab richtig viel Eisen, Mann. Scheiße, Mann, die nächsten Gegner sind 100 Blöcke von uns weg. 150 bei mir. Echt, jetzt bei mir nur noch 80. Junge, du musst mich unbedingt finden. Ja, ich weiß, ich kenn ja den Weg. Okay, ich latsch. Also hier ist Wasser aus Versehen. Hier ist ne Fackel. Da oben ist auch ne Fackel. Ich glaub, ich hab den Weg gefunden. Ne, da hab ich mich grad hochgebaut. Dann ist es der Weg hier. Nein, der Weg ist es auch nicht. Luis, ich hab mich verlaufen. Ah, hier ist ein Creeper. Scheiße. Wo bist du? Ja, ich komm ja gerade. Ja, da müsste ich deinen Namen ja sehen. Also ich komm grad den Weg entlang, wo wir waren. Ja, ich seh deinen Namen. Warte mal ganz kurz, warte. Warte, ich bin ganz kurz weg, ja? Warte. Ja, ich seh dich. Warte, stopp. Ach, scheiße, da ist jemand, da ist jemand bei mir, da ist jemand. Wo? Oder bist du das? Bist du das? Ah, das bist du. Okay. Scheiße. Ja, aber meine Batterie war fast grad leer. Komm. Ich komm mal schon. Luis. Ich bin hin. Ach, da unten. Falsch. Nein, falsch. Hier oben lang. Ach, da oben geht's. Da oben geht's ja auch noch. Junge, es ist hier in Höhlen. Bin ich falsch gelaufen? Nee. Doch, Ben sind wir. Nein. Ich bin hier gerade hergekommen. Ich hab' auch nicht. Ich hab' einen anderen Weg in. Doch, doch, das ist schon richtig, wo du da bist. Ja, komm her. Schnell. Geh' einfach den... Geh' einfach den... Geh' einfach den Wasserfall runter und dann nach rechts. Den... Also den... Ich... Was ist das denn da? Ach so. Äh, Lunos. Scheiße, okay. Ich mach' dir auch schnell... Fuck! Nein, Zombie hat mich in die Lava geschobst! Nein, ich bin tot! Dann warte, ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht tot. Dann hol... Kann ich dich spectaten irgendwie? Ja, kannst du. Powergame, okay. Scheiße. Hol dir mein Zeug. Ja, hab ich schon. So, jetzt werf ich erstmal ein paar... ein paar Spitzhacken weg. Hm, so, das nehmen wir mal uns... Das nehmen wir uns mal. Kannst du... Siehst du mich? Also, spektatest du mich gerade? Ja, ich bin direkt hinter dir. Ja, das ist gut. Ja, scheiße. Okay, die sind 150 Blöcke von mir weg. Also, ich kann mich voll equippen, gell? Hey, warte, schau mal hinter dich. Brennt da irgendwas in der Luft? Na, denk schon. Ich kann grad nicht hinschauen. Warte, dann geh ich vor dich. Hier, vor dir. Nein, brennt nix. Schade. Warte mal, was fehlt mir denn noch an Rüstung? Warte, soll ich dann mal einen Cut machen zunächst, bis zur nächsten Runde? Nö, kannst weiter aufnehmen. Du siehst mich hier, oder? Ja. So, pass auf, jetzt wäre ich jetzt mit meinen ganzen Spitzpacken in die Lerwe. Ich habe, die bräuchten mir alle nicht. Ich verflöre schon mal ein bisschen die Höhle, wo hier ist, viel Redstone. So ein Scheiß. Ja, das wäre aber nicht. Das bräuchte ich aber nicht. Ja, ich dachte, das wäre Eisen, weil hierbei... Scheiße, Scheiße, ich bin sofort tot, Mann. Warum? Ich hab, ähm, Hungerbalken. Und zwar nicht wenige. Also, was ich mich so... Ich bring mich jetzt sehr um. Warum? Nein! Bist du blöd? Ja. Jetzt darf ich das Video aber nennen, Paul ist blöd. Paul bringt sich um. Okay, zurück zu Melan Games. Nein, 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 nein. Ein tragischer Todesfall. Okay. Wir nennen das ein tragischer Todesfall. Welche Lobby? Ciao, bis zum nächsten Mal. Hä, warum? Ach so, nehmen wir weiter auf. Ja. Ach so. Kommen wir weiter. Ach so, schneidest du das dann? Äh, nein. Ja doch. Was? Okay, ich schneid's. Ja, tschüss, bis die Rüder losgeht.